Hey Bushido, wir sind hier in Ravensburger. Wenn du hier mit Kay anfängst, das ist deine Sache. Der Kay ist für uns auch ne Fotze, jeder Verräter ist für uns ne Hure, verstehst du? Und schick uns drei Arafats, komm erst mal mit einem Arafat! Und der soll gegen mich Mann gegen Mann machen! Dann sehen wir, wie das läuft! Ich komm auch zu dir, zu der scheiß Hauptstadt, nach Berlin, verstehst du? Und mach hier nicht so sprichig, ihr Internet-Rampos!